Hallo, seit vielen Jahren möchte ich dieses Video machen. Als diese Organisation vor fast 18 Jahren in der Türkei begann, wir hatten damals eine deutsche Gemeinschaft, an die wir Hunde schickten, die wir in der Türkei gerettet hatten, und wir fanden wundervolle Zuhause in Deutschland. In all diesen Jahren habe ich versucht, die deutsche Gemeinschaft aufzubauen und direkt mit euch sprechen zu können, aber bisher war es nicht möglich. Wir mussten bis heute warten. Der Moment, in dem die Technologie es mir ermöglicht, direkt mit euch zu kommunizieren. In eurer Sprache und den Traum von Let's Adopt Germany endlich wahr werden zu lassen. Auf diesem Kanal werdet ihr extremen Tierrettungsvideos sehen, ihr werdet Geschichten sehen, die euch vor Freude zum Springen bringen werden. Andere, die euch zum Weinen bringen und euch berühren werden. Ihr werdet sehen, dass es Menschen wie euch gibt. Menschen, die für das Wohl der Tiere kämpfen, und ihr seid nicht allein. Willkommen bei Let's Adopt Deutschland. Bitte abonnieren Sie uns. Wir brauchen Ihre Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.